Willkommen zurück. Eine neue Runde Peng Peng und so. Also Saints Row. Wir haben heute schon Daylight aufgenommen. Da bin ich ganz stolz drauf. Wir sind schon fast durch. Und mir ist aufgefallen, dass ich bei meinen Aufnahmen definitiv noch daran arbeiten muss, mehr zu quatschen. Ich bin immer noch relativ ruhig, aber ich habe, wie gesagt, noch nicht so viel Display-Erfahrung, dass ich da wahllos rumquatschen kann. Ach, ich bin noch falsch. Munition kaufen. So. Ich werde versuchen, mehr jetzt zu lesen und alles. Da ist mein Auto. Und ich will mal gucken, hat das mit der Videofunktion jetzt geklappt? Nicht so ganz. Ich habe zur Zeit meine Videos so sehr bearbeiten muss. Zurück zum Videoaufnahmemodus. Nicht wohl, dass es so niedrig ist. Sonst leckt das Spiel so sehr. Und... Ja, auch hier leckt das so, ne? Obwohl gerade geht's. Es hat sich jetzt gefangen. Wir nehmen es mal so. Weil ich um ehrlich zu sein keine Lust habe, jedes Mal drei Stunden bearbeiten und bla. Guck mal, noch im Geld haben wir noch keins. Es ist auf Dauer ein bisschen... Es schliert ein bisschen, ne? Und es leckt auch zwischendurch. Zumindest beim Autofahren. Oh. Den muss ich machen. Hui. Flatsch. Oh. Hm. War ich nicht? Ich kann mir das nicht erklären. Schnell weg hier. Ah. Weg da. Hier wird scharf geschossen. Ich muss ja immer kurz weg. Da ist ne Bandenoperation. Das find ich sehr gut. Ja, es hackt zwischendurch. Mal gucken. Vielleicht können wir das nachher noch... Oh, geh weg. Moment. Obwohl, ich glaube es reicht... Es würde doch reichen, wenn ich eigentlich eine Musik ausschalten würde. Irgendwo geht das glaube ich... Au. Ob ich mich richtig erinnere. So. Wir sind wieder safe. Ja, das liegt doch zwischendurch. Was? Saints is a shit? Wer hat das gesagt? So, wir parken jetzt hier mal. Und ich geh mal was kurz kurz gucken. Äh. Option. Audio. Okay. Dann machen wir das anders. Wo war das jetzt? Videoaufnahme. Deaktivieren. Zurück. Entschuldigung, dass ich zwischendurch immer im Menü rumdödeln muss. Ach. Zurück. Audio. Musik. Machen wir so ganz klar. Ja. Ja, wir müssen das ausmachen. Zurück. 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 So. Wir werden noch eine Mission... Nein, das ist falsch. Eine Mission starten. Dann gucken wir mal. Was wir da Schönes haben. Die ganzen Nebenmissionen werde ich gelegentlich mal machen. Ach Schutzengel, das geht ganz gut. Ähm. Also ich werde jetzt nicht alle Nebenmissionen spielen. Das wird ein bisschen viel. Und ich persönlich habe noch vor, Saints Row 2 zu spielen. Das muss ich mir aber noch kaufen. Und, ähm. Demnächst werde ich wohl, auch wenn Saints Row 3 beendet ist, Saints Row 4 mit dem Psy zusammenzocken. Eine seltene Kombi, weil wir uns meistens eigentlich eher in die Haare kriegen, da wir beide ziemlich dickköpfig sind. Aber ich denke, das wird klappen. Einmal was trinken. So. Und dann wollen wir mal. Hey, I think I'm ready to make a move on the Syndicate. What you got in mind? Head to the crib. I found something you should see. It's better be worth my time. I think it's a safe bed, it'll be worth it. Damn maniac. Ich bin nicht so schlecht am Fahren. Und ich werde Saints Row 3 aus dem 1, äh 2 aus dem einfachen Grunde spielen. Weil ich bis jetzt keinen gefunden habe, der ist Let's Play, der mir auch wirklich... zusagt. Ich bin jetzt auch ein ordentlicher Pro-Gamer oder Labafiel. Zumindest noch nicht. Aber was ich bis jetzt so gesehen habe... Nee. Das war nicht so meins. Das möchte ich eigentlich versuchen, es besser zu machen. Ja. Und hoffe es klappt. So. Dann fahren wir hier jetzt lang. Meow. Die Karre hier werde ich auch nochmal fertig aufmotzen. Ups. Also ich möchte schon einiges mitnehmen. Wir werden uns jetzt auch unser Domizil nochmal angucken. Richtig. Und natürlich auch zwischendurch einfach mal ein bisschen rumgammeln in dem Let's Play. Man sollte ja im Spiel ja schließlich auch genießen und nicht einfach durchhuschen. Was mir bei Let's Plays immer ziemlich schwer fällt. Wenn ich alleine spiele, geht das eigentlich. Und wie oft baue ich da einfach Scheiße? Kauf Geschäfte... Kauf lediglich Geschäfte... Oder mach mal aus Jungs und Dornerei mal so'n Amoklauf. Wohlbemerkt mit virtuellen Menschen. Wie gesagt, also ich schätze, dass normal das Leben zu wäre, als ich da wirklich Leute umbringen würde. So. Entschuldigung. Okay, die Briefkästen lasse ich jetzt mal rein. Wo muss ich denn hin? Ach, ich muss da rein. Von hier aus. Wir haben ja auch geparkt. Hallo? Du wirst da nicht rein. So. Ahem. Na? Können wir nochmal gehen? Da hinten. So. Zum Glück muss ich mich selber fliegen. Ah, ich komm so viel zum Aufnehmen unten. Das ist schon voll schön. Ich hab... Zum Beispiel. Ich hab morgen zum Gelösen. Das geht nicht. Oh, ich doch. Und dann kann ich nämlich nur ein bisschen aufnehmen. Oh. Den hab ich nicht getroffen. Aber jetzt. Kommt gleich noch rein. Ich glaub ich treffe nicht Pierce. Und nur Dezent. Ich bin nur so schlecht oder sowas. Oh. Pierce, pass auf. Ich bin ein bisschen schlecht. Ah, das ist jetzt ein bisschen... Ganz gut. Da kommen glaube ich noch welche. Ein bisschen kenn ich das Spiel ja. Lässt ihr... So Pierce in Ruhe? So zu nerven, das ist meine Aufgabe. Ob hier ist. Ja, ich muss ja aufpassen, dass ich dich nicht dabei treffe. Voll Idiot. Nein, Pierce ist cool. Ich mag ihn. Oh, da liegt nicht mehr Geld. Ja. Wo denn? Wo? Ach da. Nicht mehr lange. So. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt können wir ein bisschen snipern. Yippie! Sieht wie bei ner Frau bei eleganter aus. Okay, bericht bei dem Auto jetzt nicht viel. So steigen. Ach, ich kann noch näher ran. So, muss ich mich konzentrieren hier? Was ist jetzt drauf? Ich denke schon. Und Pierce? Da hinten kommen welche. Wo ist ein Pierce? Und der stolziert da aber auch rum, ne? Wo hat denn das hier gegeben? Alter. Wo sind die? Da. So, da ist Pierce. Der sieht eigentlich noch ganz gut aus. Gehen wir mal zurück. Ich muss hier mal irgendwo alles legen. Und da kommen auch schon die nächsten. Ja, treffe ich. Hallo, stirbt es doch mal? Das sieht doch ganz gut aus. Kommt da noch wer? Ja. Wer kommt? Pierce hat es gleich geschafft. Scheiße. Los, wo sind sie? Da. Haben wir es jetzt geschafft? Ja. Gott sei Dank. So. Hm, dann gibt es noch ein bisschen Geld. Sehr schön. Oh, diese Musik fehlt total. Aber wie gesagt, sonst gibt es Gamer-Probleme. Huh? So. Und das wäre unschön. Hätte ich relativ wenig Lust drauf. So. So. Katzen noch an der Leder in der Küche. Sehr schön. Hm, dann gucken wir mal. Was machen wir gleich jetzt? Haben wir... Wir haben noch kein Geld. Ich will Geld haben. Nee. So. Aufträge. Illegaler Handel. Schnelle Investitionen. Na, wir machen nochmal die Hauptstory weiter. Ja. Die Karte ist aufzusteuern. So. Dann gehen wir mal. Was? Ja. 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 Woh! Ja. Let's cut right to the heart of this shit. Hit the Morningstar territory. How do you know where that is? The documents we got with those keys gave up a whole lot. Ballsy. I like it. What sort of things do we have to sell off? Got some basic...